Musik 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 So, jetzt, wo ist er denn? Ich hatte das Problem, ich sehe den nicht! Musik 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 Ist der unsichtbar oder sowas? Musik 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 Oh Mann! So, jetzt mach ich den mal fertig hier mal kurz. Also, ich wusste ja gar nicht, dass wir den nicht besiegt haben. Ich weiß doch nicht mehr, wie viel Leben der hat, aber ich glaube, so viel können es ja nicht mehr sein. Okay, jetzt ist er tot. Und ich habe nur noch 13 Pfeile. Wie? Der war schon leer. Ach stimmt, hier bin ich ja ein, ja genau. Iron Giant Sword, okay, okay, okay. Ich fange einfach mal da rein. Ich habe nur noch 13 Pfeile, das gefällt mir ganz und gar nicht. So. Ey, die war cool. Die gefällt mir. Das ist ein Eisbär. Und hier sind wieder solche Dinger da. Nehme ich einfach mal alles mit, obwohl unsere Grünzeugkiste ja schon ewig voll ist. Ist mir scheißegal. Ich habe es wahrscheinlich schon 10 Milliarden Mal gesagt, dass ich das jetzt endlich mal anbauen werde. Habe es aber bisher, glaube ich, immer noch nicht gemacht. Ich müsste mich mal dran erinnern. Was bekomme ich da überhaupt raus? Ach. Okay. So, 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 so. Dann haben wir, ups, dann haben wir den auch schon voll. Okay, das hat jetzt sehr wenig Schaden gemacht. Okay, jetzt ist der Ton weg. Ah, jetzt. Gut. Okay, hier ist so ein Portal. Das habe ich auch in ein paar, ähm, Aufnahmen gesehen. Das sieht man nämlich von der Seite überhaupt nicht. Und was eigentlich da dahinter steckt, also wenn ich da sozusagen jetzt durchgehen würde, äh, gefällt mir ganz und gar nicht. Oh, da gab es einen Lack. Jetzt gucke ich mal, was... Was ist denn das hier? Okay, da kommt ein... Brown Beer. Was ist denn... Jawohl, das ist so ein Eingang! Jawohl, 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 genau das, was ich wollte. Bloß, wo ist der Eingang dazu? Da hinten, da hinten, ich sehe den Eingang. Ich sehe ihn. Hier. Nein, scheiße, wir waren in dem, glaube ich, schon. Äh, okay, waren wir doch nicht. Wir waren doch woanders. Okay, da ist wieder so eine scheiß Kiste. Pfff. Nein, machen wir nicht die Kiste kaputt. Okay, wir waren hier anscheinend doch noch nicht. Freue ich mich natürlich. Okay. Okay, Creeper brauchen jetzt mit dem Ding hier drei Schläge. Plünderung zwei finde ich gut. Gefällt mir. Okay, hier habe ich aufgegraben. Okay, da weiß ich jetzt schon, dass das eine Dings ist. Eine Kiste, die mich angreift. Oh, ich bin schon voll. Das schmeiße ich weg. Ich habe gesagt, das schme... Nicht das! Ich habe gesagt, das schmeiße ich weg. Jetzt habe ich wieder so ein Chess-Board irgendwas. Okay, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das da eine... Oh, sogar zwei... Oh, fressende Kiste. Alter, drei fressende Kisten will ich mich verarschen. Was halt finde ich richtig geil ist an Hexit, man kriegt wirklich sehr, sehr schnell Level. Das ist ein Teil. Und, ähm... Man... Man, man, man... Erlebt auch viel, viel mehr wie irgend... Irgendwas an... Leute. Wie irgendein anderes Minecraft-Mod. Oder irgendeinen anderen Minecraft-Mod. Weil das ist ja so umfangreich, Hexit. Das muss er eigentlich... Wirklich kaum durchbekommt. Also... Zum W, zum W. Von... Also eine Story gibt es ja bei Minecraft eh nicht. Aber ich meine halt sowas wie... Ja, was meine ich denn jetzt? Also... Mir... Mir würde es bestimmt nicht langweilig werden. Okay, das sind alles echte Drohnen. Da kommt ein Zombie. So... Und gerade eben habe ich noch gesagt, das ist... Das kann doch eigentlich bloß, ähm... So ein Eingang sein zu so... So... Dings, wie habe ich es genannt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Es ist voll. Das hier noch nicht. Kommen wir wieder mit 1000 verzauberten Büchern nach Hause. Muss ich wahrscheinlich eine, ähm... Zweite Kiste öffnen. Also denke ich mir mal. Oh, halt, das war das eine. Das packe ich mal da hin. Ähm... Das schmeiß ich. Nicht mein Backpack! Da-da! Was? Nee, das ist auch nicht. Das da... So... Das... 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 Oh-oh... What the fuck? Also eins steht ja sicher, dass das eine ist... Und dass das eine ist. So, jetzt muss ich mal gucken, was die gedroppt haben. Meteoritenstiefel. Ich stelle es mal ganz kurz wieder auf Englisch. So... Denn da heißen die ne... Meteorite. Lol, wie sieht denn das da aus? Ahahaha! Okay, das ist eigentlich mal nichts. Ach du Scheiße. Überhaupt nicht übertrieben oder sowas. So, das... Das ist keine. Das ist auch keine. Okay, gut. Was ich ja noch rausbekommen wird... Oder... Muss... Für die... Oder was diese... Äh... Signy... Baubel... Für was die sind.